Guten Tag, mein Name ist Stefan Hammer von der Firma Easybee. Ich bin der Distributor und möchte Ihnen ein paar Besonderheiten unserer Trinkflasche vorstellen. Viele Flaschen aus anderen Materialien wie Glas, Aluminium, Kunststoff oder Edelstahl haben sehr kleine Öffnungen. Die bekommt man einfach nicht richtig sauber. Dadurch bilden sich Ablagerungen und die Flaschen verkeimen von innen. Forscher der University of Calgary in Kanada haben benutzte Trinkflaschen untersucht. Dabei haben sie festgestellt, dass zwei Drittel aller Trinkflaschen über den Grenzwerten mit Keimen belastet waren. Es wurde sogar der sehr gefährliche Novovirus gefunden. Natürlich müssen Sie die Flaschen richtig und zeitnah säubern. Bei vielen Flaschen ist die Öffnung aber so klein, dass das überhaupt nicht möglich ist. Selbst mit Hilfsmitteln oder Spezialbürsten bekommen Sie die nie richtig sauber. Die Easybee ist anders. Die hat eine große Öffnung. In Verbindung mit der geraden Form kann man die komplett und einfach sauber machen. Und das Mundstück kann man auch vom Deckel abnehmen und reinigen. Wir haben sehr namhafte Firmen aus dem Bio- und Spielwarenbereich schon mit unseren Trinkflaschen beliefert. Die alle nehmen unsere Trinkflaschen für Aktionen. Holen Sie sich jetzt Ihre Easybee. Erhältlich in mehr als 1500 Läden in Deutschland. Dazu gehen Sie einfach auf easybee.de. Dort haben wir eine Händlersuche. Und dort finden Sie die Händler vor Ort auf Google Maps dargestellt. Oder direkt im Online-Shop unter easybee-shop.de. Egal ob beim Sport, im täglichen Leben oder für die Kleinsten. Unsere Trinkflaschen überzeugen in jedem Bereich. Prämiert von Öko-Test und geprüft nach deutschem Lebensmittelrecht stehen wir für Nachhaltigkeit. Easybee. Die Trinkflasche fürs Leben.